Am Anfang will ich eine Feststellung Walter Benjamins zitieren. Walter Benjamin schrieb 1940, ich zitiere, die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, dass der Ausnahmezustand, in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Das Staunen darüber, dass die Dinge, die wir erleben, im 20. Jahrhundert noch möglich sind, ist kein philosophisches. Es steht nicht am Anfang einer Erkenntnis, es sei denn der, dass die Vorstellung von Geschichte, aus der es stammt, nicht zu halten ist. Und diese Erkenntnis, dass die Vorstellung von Geschichte, aus der dieses Staunen kommt, also die Geschichte und die Geschichtsschreibung der bürgerlichen Gesellschaft nicht zu halten ist, ist die Grundlage der Auseinandersetzung, die auch sozusagen mit diesem Vortrag geführt wird. Die Werte der Aufklärung, so schrieb Daniel spät im letzten Jahr, sie dementierten im Laufe ihrer Verinnerlichungsgeschichte zur zweiten Natur. Sie blieben somit der unreflektierte Referenzpunkt auch in weiten Teilen des Linken Diskurses, man kann hinzufügen, zusätzlich blieben sie natürlich auch der unreflektierte Referenzpunkt in der Politik und im Firtan unserer bürgerlichen Demokratie. Freiheit, Gleichheit und Demokratie, so sagte Daniel spät, sind die letzten Posten, auf die sich gesellschaftskritisches Denken, oder eben das Denken, das vorgibt, gesellschaftskritisch zu sein, zurückzieht. Und die praktische Ohnmacht, dem Krisenprozess etwas entgegensetzen zu können, entspricht lediglich der zutraulichen Naivität gegenüber ihrem theoretischen Fundament. Diese Begriffe Freiheit, Gleichheit und Demokratie und ihre Geschichte müssen also in Frage gestellt werden. Die Geschichte der Aufklärung, die das aufgeklärte Europa erzählt, ist die ideologische Verschleierung der Realgeschichte der Aufklärung. Erst der Blick auf das Leid, aus dem die Aufklärung entsteht, und das Leid, das die Aufklärung real mit sich brachte, und das die Aufklärung auch zu entschulden half. Erster Blick auf dieses Leid lässt ihre Kernidee wieder positiv greifbar werden, das ist die Idee der Freiheit. Der Gedanke der Freiheit steht seit jeher am Spannungsverhältnis zu den gesellschaftlichen Verhältnissen, die ihn erst haben die Welt erblicken lassen, wenn man da die Worte Abdel-Wahad-Medebs zitiert. Am Anfang also ein Blick in die Geschichte. Hier in Halle veröffentlicht im Jahre 1791 der aufgeklärte und freimaurisch engagierte Historiker Johann Jakob Sell einen Versuch einer Geschichte des Negersklavenhandels. Darin kommentiert er unter anderem die Bemühungen aus Kreisen der Quäker in Nordamerika, die bereits in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Sklavenhaltung in ihren Kreisen abschaffen wollten. Sell schreibt, Anfangs mussten freilich einige Aufopferungen geschehen, aber bald wurde man überzeugt, dass durch freie Menschen in kürzerer Zeit mehr Arbeit verrichtet würde. Und dass, wenn auch ihr Unterhalt mehrere Kosten erfordere, diese doch wiederum von Seiten der geringeren Anzahl der Arbeiter, die man nötig hatte, sowie von Seiten des Kapitals, das zur Anschaffung neuer Sklaven nötig wäre, erspart werden konnten. Derartige menschenfreundliche Bemühungen im Geist der frühkapitalistischen Verhältnisse ließen Europa allerdings noch mehrere Jahrzehnte in Bezug auf die Kolonien quasi in Brasilien und Kuba noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auf sich warten. Woran das liegt, darauf verweist auch eine Aussage des britischen Staatsministers Pitt vor dem britischen Parlament im Jahr 1789, dem Jahr der Französischen Revolution. Wittschriften für die Abschaffung des Sklavenhandels, so damals Pitt, machten der Menschlichkeit der Denkungsart der Briten Ehre. Jedoch verlange die Wichtigkeit des Sklavenhandels zunächst sorgfältigste Beratschlagung. Pitt sprach und vertagte die Angelegenheit, um beim nächsten Mal zu sagen, ich zitiere, da Menschlichkeit und Politik in Kollisionen kämen, so müsste Letztere wohl den Ausschlag geben. Dem britischen Parlament, das aufgeklärt, wie es war, auch sich damit beschäftigte, wie unmenschlich der Transport der Neger, Sklaven und sei, dem wurden im Zuge dieser Debatte um die Sklaverei und den Sklavenhandel zahlreiche Petitionen überreicht. Darauf verweist auch Selten. Und zwar eine Bittschrift für den Erhalt des Sklavenhandels von Magistrate und der ganzen Kooperationen der reichen Stadt Liverpool, eine andere von den Kaufleuten und Schiffseigentümern der Stadt, eine von vielen Manchester-Manufakturisten, eine von den Advokaten in Glasgow, eine von den Hypothekenbesitzern, den Gläubigern in der Zuckerplantagen, des weiteren Acht-Bittschriften von den Hypothekenbesitzern des Sklavenhandels, von den nach Afrika handelnden Kaufleuten, von vielen Fabrikanten in Eisen, Kupfer und Messing, zusätzlich von den Sägemachern, Seilern, Tischlern, Fassbindern, Büchsenschmieden und Schiffszimmerleuten. Zuletzt bat auch der Agent der Insel Jamaika im Namen vieler britischer Untertanen, Zitat, nicht zu gestatten, dass ihr Eigentum vernichtet würde. Man sieht hier ein gutes Beispiel dafür, dass weite Teile der Produktion, der Wirtschaft in Europa unmittelbar auf der Sklavenarbeit und dem Import aus den Sklavenkolonien beruhten, weshalb die Frage nach der Menschenfreundlichkeit von Europäern dann plötzlich ganz anders beantwortet werden musste und konnte. Schnell verbreiteten sich damals rassistische Narrative, die britische Freiheit und afrikanische Unfreiheit in Einklang brachten. Und diese Frage des Rassismus, ganz interessant, gibt ja tausende Arbeiten und sonst was zu, was denn nun Rassismus sei und wäre. Und eine ganz interessante Debatte wird geführt eben zu der Rolle von Sklaverei und der Rechtfertigung der Sklaverei vor dem Hintergrund auf klerischen Denkens, dass sozusagen Rassismus die notwendige Ideologie war, um den Fortbestand der Verhältnisse damals legitimieren zu können und den Umgang, den offensichtlich sozusagen ambivalenten Umgang mit den Sklaven als Nichtmenschen sozusagen zu legitimieren. Auch für das Mutterland der Revolution Frankreich trifft das zu. In der berühmten Geschichte der französischen Revolution von Thomas Carly findet sich ein Kapitel mit dem Namen Kein Zucker. Carly's Schrift in seinem Fokus weit weniger eurozentrisch als heutige Geschichten Europas. Und da kann man sagen, im Ankündungstext stand, glaube ich, was vom Zusammenrücken und Auseinanderrücken der Kontinente. Und der Witz ist sozusagen, das nur nebenbei, dass zu einer Zeit, wo sozusagen die Kontinente real sehr viel weiter auseinander waren als heute, wo Kommunikation und Reisemöglichkeiten fliegen und sonst sowas eigentlich die Welt komplett haben zusammenrücken lassen, dass aber damals die Welt, zumindest in der Beschäftigung, der Auseinandersetzung, durchaus sehr viel enger beieinander war, dass halt die intellektuellen Europa, auch Hegel zum Beispiel oder so in Zeitschriften wie etwa der Minerva, sich mit dem Weltgeschehen in der Karibik, im Nahen Osten, etc. sehr intensiv auseinandergesetzt haben, was heute nicht mehr der Fall ist, dass sozusagen das heutige Europa sehr viel eurozentrischer eigentlich ist, als das Europa, dem der Eurozentrismus immer vorgeworfen wird. Das aber sozusagen natürlich nur, was die gedankliche Beschäftigung in der Auseinandersetzung angeht. Karlai schreibt also in diesem Kapitel kein Zucker und das glaube ich auch auf dem Blatt jetzt drauf, das Zitat, mit den vielen Fraktionen, den Verdächtigungen, dem Verlangen nach Brot und Zucker, das ist es wahrhaftig, was sie Deschiré nennen, zerrissen, dieses arme Land, Frankreich und alles, das französisch ist. Denn aus Übersee kommen schlimme Nachrichten. Im schwarzen Saint-Domingue erstand ein leuchtend nächtliches Funkentreiben. Von Zuckerroh, Melasse und Alkoholika, Zuckerbrännereien, Plantagen, Möbeln, Vieh und Menschen. Bis in den Himmel, die Ebene von Cap Francais, ein großer Wirbelwind aus Flammen und Rauch. Was für eine Veränderung in zwei Jahren. Seit die ersten Kokaden mit der Tricolore ins Land gebracht wurden und verdrossene Kreolen sich ebenfalls erfreuten, dass Bastis dem Erdboden gleich gemacht wurden. Das Gleichmachen ist komfortabel, wie wir oft sagen, Gleichmachen, aber nur bevor es um mich geht. Saint-Domingue wurde nun erschüttert, es bebt, sich in langen Todeskämpfen windend, es ist schwarz ohne Gnade und bleibt als schwarzes Haiti eine Mahnung für die Welt. Oh, meine Pariser Freunde, ist dies nicht eine Ursache für die große Knappheit an Zucker? Darauf verzichten? Ja, ja, ihr Patrioten, Nae Jakobinern verzichtet, das raten Lowe und Kolo d'Abo entschieden, dieses Opfer zu bringen. Doch wie sollen gelehrte Männer ohne Kaffee auskommen? Enthaltet euch, schwört, das ist das Sicherste. Gelehrte Männer können also aufgrund der Revolution in Haiti, wo die Sklaven ihre Menschlichkeit einfordern, im Sinne Heges ihre Anerkennung durchsetzen, das bringt also die Kaffeeversorgung der Revolutionäre in Frankreich durcheinander und alle kennen ja den Spruch erst das Fressen, dann die Moral, hier wäre es erst der Kaffee, dann die Moral, das ist sozusagen das Grundgesetz der bürgerlichen Aufklärung, um das es hier in dem Vortrag in weiten Teilen geht. Karl, der diesen letzten Satz der gelehrten Männer, die nun ohne Kaffee auskommen müssen, aus einem Debattenprotokoll von 1791 hörtlich zitiert, verweist in diesem Kapitel ungewollt auf eine zentrale Tatsache. Die gelehrten Republik, die bürgerlichen Salons, die Kaffeehäuser, sie sind Symptom und Triebkraft der bürgerlichen Gesellschaft und diese entstehende Sphäre der bürgerlichen Öffentlichkeit von Jürgen Habermas in dem historischen Teil seiner Untersuchung Strukturwandel der Öffentlichkeit sehr gut dargestellt ist, diese Sphäre ist unmittelbar verknüpft mit der Sklavenproduktion in den Kolonien und zwar nicht nur, weil die Bürger konsumieren wollen. Vielmehr ist die ökonomische Grundlage, die Voraussetzung der bürgerlichen Öffentlichkeit und der bürgerlichen Revolution, die Akkumulation, die Anhäufung von Kapital, von Reichtum. Diese beruht direkt auf der Sklaverei, der unmittelbaren, brutalstmöglichen Aneignung und Ausbeutung fremder Arbeitskraft. Es ist kein Zufall, dass jeder zehnte Abgeordnete der verfassungsgebenden Nationalversammlung, die von 1789 bis 1791 tagte, dass jeder zehnte Abgeordnete dort private Wirtschaftsinteressen in den Sklavenkolonien hatte. Zwischen 20 und 30 Prozent aller kommerziellen Aktivitäten der französischen Bourgeoisie beruhten auf Produkten aus der Sklavenproduktion. Ende des 18. Jahrhunderts wurden in Sklavenkolonien der atlantischen Wirtschaft mehr als eine Million Sklaven gehalten, also mehrere Millionen Sklaven gehalten. Die größte Sklavenwirtschaft befand sich auf Saint-Domingue mit 500.000 Sklaven Ende des 18. Jahrhunderts. Durch die harte Arbeit und die brutalen Körperstrafen bei Faulheit und schlechtem Benehmen wurden jährlich 10.000 Sklaven umgebracht. Um die Produktivitätsrate von Saint-Domingue zu halten, importierte man allein dort jährlich 50.000 neue Sklaven. Erst Spanien, dann die Niederlande, Frankreich, später vor allem England, bauten ihre Handelsökonomie, also die Grundlage der frühkapitationischen Verhältnisse und des Reichtums, des Bürgertums, das erst durch diesen Reichtum sozusagen den gefühlten Interessenskonflikt mit dem ersten Stand sozusagen kam und so die Forderungen der bürgerlichen Revolution entwickelte. Diese Handelsökonomie bauten sie mit riesigen Profiten aus diesem atlantischen Produktions- und Handelssystem auf. Es verblüfft vor diesem Hintergrund nur auf den ersten Blick, dass etwa der große Aufklärer Montesquieu die Sklaverei zwar als Sklaverei an für sich ablehnte, wenn es um Sklaverei von Schwarzen ging, allerdings mit rassistischen Grundannahmen zu ihrem Körperbau und dem Klima rechtfertigte. In der idealistischen europäischen Geschichtsschreibung von Ideen und ihren Wirkungen wird nicht erwähnt, dass er Montesquieu auch der Vater der Lehre von Handel und Kommerz war. Rousseau, der die Menschheit in Ketten sah und sie aus der Sklaverei befreit sehen wollte, erwähnte die alltäglich wahrnehmbare reale Sklaverei mit keinem Satz. Der berühmte John Locke war Teilhaber der Royal African Company und gehörte in Carolina dem Rat für Handel und Plantagen an. In der von John Locke entworfenen Verfassung heißt es, Zitat Jeder freie Bürger soll absolute Macht und Autorität über seine Negersklaven haben. Der Ursprung der Sklaverei erscheint hier bei ihm ebenso unhinterfragt naturalisiert wie der von Privateigentum und Freiheit. In der berühmten Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert dem Monumentalwerk der europäischen Aufklärung geht es in mehreren Einträgen um die Sklaverei. Im Eintrag Sklaverei wird diese kritisiert im Eintrag Neger wiederum vermerkt ihre Arbeit seist da unentbehrlich für die Kultivierung von Zucker, Tabak, Indigo etc. Im Eintrag Natürliche Freiheit wird konstatiert, dass die Versklavung der Afrikaner nicht mit christlicher Lehre vereinbar sei. Es werde aber grundsätzlich an ihr festgehalten, da man sie für die Arbeit auf Plantagen und in Werkwerken benötige. Der Außenhandel war Ende des 18. Jahrhunderts Basis für bis zu 25% der industriellen Produktion in Frankreich und bis zu 7% allen wirtschaftlichen Wachstums. So ist es eigentlich wenig verblüffend, wenn ein Deputierter aus Nantes damals bemerkte, Zitat, Kommerz, der koloniale Handel ist zu einem derart beachtlichen Gegenstand geworden, dass man meinen könnte, es ist der Hauptarm des gesamten Handelsverkehrs des Reiches, ja, könnte gar seine Wurzel sein. Die französische Nationalversammlung schaffte dementsprechend die Sklaverei auch nie ab, genauso wie Besitzlose oder Frauen nie die Bürgerrechte erhielten. Doch Ideen sind grundsätzlich in dem Sinne universell, dass jeder, der von ihnen erfährt, von sich aus über sie nachdenkt. Als die Ideen von Freiheit und Gleichheit in den Kolonien bekannt wurden, verstärkten sie dort also die regelmäßigen Aufstände, die ebenso regelmäßig mit der Massakrierung der dortigen Aufständischen endeten. Auch in Saint-Domingue kam es zu mehreren Aufständen. Nach langen Diskussionen und Debatten auf Druck mulattischer Plantagen und Sklavenbesitzer beschloss die Nationalversammlung schließlich, diesen das Bürgerrecht zu verleihen. Schließlich waren die sogenannten Mulatten Nachkommen weißer Kolonialherrn, die zumeist großen Besitz angehäuft und Plantagen mit zahlreichen Sklaven besaßen. Sie waren meist den weißen Plantagenbesitzern in Bezug auf den Besitz ebenbürtig. Sie waren unzufrieden und forderten angesichts ihrer realen ökonomischen Macht mehr politische Rechte ein. Und das ist ja die gleiche Konstellation wie die zwischen europäischem Bürgertum und erstem Stand am Vorabend der französischen oder der bürgerlichen Revolution. Doch die Weißen wollten ihr Privilegium damals nicht verlieren. Sie verweigerten die Umsetzung dieser Gleichstellung, einer absoluten Minderheit der nicht-weißen Bevölkerung. Es kam zu weiteren Konflikten und Aufständen und als schließlich Spanien und England diese Lage ausnutzten und Saint-Domingue okkupieren wollten, zur Freude der Plantagenbesitzer, die sich durch verschiedene Ideen aus Frankreich bedroht sahen, sahen sich die französischen Kommissare erst in dieser Situation der außenpolitischen konkreten Bedrohung gezwungen, einen drastischen Schritt zu gehen, nämlich sie boten allen Sklaven die Freiheit an, wenn sie auf der Seite Frankreichs gegen England und Spanien kämpfen würden. Die plötzliche Herstellung quasi europäischer kapitalistischer Verhältnisse war jedoch, wie man sich denken kann, keine tatsächliche Befreiung, denn da die Besitzverhältnisse unangetastet blieben, trieben Hunger und Armut auf der Insel alle Sklaven zurück in die Plantagen, wo sie nun für Hungerlöhne schuften mussten und nun zwar nicht mehr totgeschlagen werden konnten, aber in den Hungertod entlassen werden konnten. Und da erinnern wir uns an die ökonomischen Ausführungen der Quäker zur Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung von Sklaverei und freier Arbeit. Nach diversen Versuchen der Plantagenbesitzer auf Haiti oder damals Saint-Domingue die ursprünglichen Zustände wiederherzustellen, schließlich nach der Invasion der napoleonischen Revolutionstruppen, die die Sklaverei wieder einführen wollten, kam es wiederum zu kämpfen, zu blutigen Kämpfen in deren Folge schließlich großer Teil des Revolutionsseeres durch Krankheiten weggerafft wurde und daraufhin die aufständischen Sklaven den Sieg davon trugen, alle Weißen auf der Insel, die nicht geflohen waren, umgebracht haben und damit ist Haiti im Jahre sozusagen 1803 bis 1806 die erste freie quasi heute würde man sagen postkoloniale Schwarze Republik gewesen. Das hat aber und da haben wir wieder so eine Pointe überhaupt gar nichts genutzt, denn die einzige Schatzkammer der atlantischen Handelswelt musste für ihre Rebellion im Namen von Freiheit und Gleichheit büßen. Frankreich blockierte den Seeweg nach Haiti, verhinderte den Handel mit Haiti und die französische Regierung setzte unter Waffengewalt Reparationszahlungen durch gegen das unabhängige Haiti. Reparationszahlungen, die noch 80 Jahre nach seiner Unabhängigkeit 80 Prozent der Staatseinnahmen für den Schuldendienst aufbrauchen ließen, für den Schuldendienst an Frankreich. Diese Reparationszahlung zahlte Haiti an Frankreich bis in die nach der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die verheerenden Konsequenzen des Erdbebens von Haiti vor einigen Jahren sind Folgen nicht etwa einer traditionellen Unterentwicklung Haitis, sondern dieser europäischen Mächte Politik und der ganz konkreten Politik von Frankreich der Mutter der Aufklärung. Das ist quasi die Seite von europäischer Zivilität, die in den Geschichtsbüchern in den seltensten Fällen behandelt wird. Dass diese Seiten nicht behandelt werden, ist auch zwingend notwendig, wenn die bürgerliche Gesellschaft ihre ideologischen Grundlagen nicht gefährden will. Nämlich die Rede von Freiheit, Gleichheit und Menschenrecht, die schon immer, wie schon erwähnt, lediglich eine ideologische Verschleierung realer Unfreiheit und realer Ungleichheit war. Das hat eigentlich am schönsten schon vor Ewigkeiten Karl Marx aufgezeigt in seiner gegen Bruno Bauers Antisemitismus gerichteten Schrift zur Jugendenfrage und das kann man sich mal jetzt hier etwas genauer angucken. Die Droit de l'homme, die Menschenrechte, werden als solche unterschieden von den Droit du citoyen, von den Staatsbürgerrechten. Wer ist der vom citoyen unterschiedene Homme? Niemand anders als das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, das heißt der egoistische Mensch, der vom Menschen und vom Gemeinwesen getrennte Mensch. Die radikalste Konstitution von 1793 mag sprechen, Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, Artikel 2, die natürlichen und unabdingbaren Rechte sind, Gleichheit, Freiheit, Sicherheit, Eigentum. Worin besteht die Freiheit, die Liberté? Artikel 6. Freiheit ist das Recht des Menschen, alles tun zu dürfen, was den Rechten eines anderen nicht schadet. Die praktische Nutzanwendung des Menschenrechts der Freiheit ist das Menschenrecht des Privateigentums. Und worin besteht das Menschenrecht des Privateigentums? Artikel 16. Das Eigentumsrecht ist das Recht jedes Bürgers, willkürlich seine Güter, seine Einkünfte, die Früchte seiner Arbeit und seines Fleißes zu genießen und darüber zu disponieren. Das Menschenrecht des Privateigentums, so Marx, ist also das Recht, willkürlich ohne Beziehung auf andere Menschen, unabhängig von der Gesellschaft, sein Vermögen zu genießen und über dasselbe zu disponieren, das Recht des Eigennutzes. Jene individuelle Freiheit, wie diese Nutzanwendung derselben, bilden die Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft. Sie lässt jeden Menschen im anderen Menschen nicht die Verwirklichung, sondern vielmehr die Schranke seiner Freiheit finden. Sie proklamiert vor allem aber das Menschenrecht, willkürlich seine Güter, seine Einkünfte, die Früchte seiner Arbeit und seines Fleisches zu genießen und darüber zu disponieren. Schaut man jetzt auf diese Konstitution wie Marx, gerät der ignorierte, vergessene, verdrängte oder notwendig verdrängte Hintergrund der bürgerlichen Aufklärung ganz klar in den Blick. Die Auseinandersetzung der gelehrten Republik mit dem feudalen Staat und seinen arbiträren Herrschaftsstrukturen war zunächst eine Auseinandersetzung mit dem Ziel rationaler Organisierung und Berechenbarkeit, also zum Wohle der Wirtschaft und der Interessen des bürgerlichen Kapitals, sowohl im Inland, in inländischer Produktion, in Sklavenplantagen und im Handel. Der große Aufklärer Montesquieu, der in der Ideengeschichte, in jedem politikwissenschaftlichen Institut und im Schulunterricht hoch und runter genudelt wird, also die große Ikone der Aufklärung, war vor allem auch Begründer der Science du Commerz, der Lehre von Handel und Commerz, einem der wichtigsten Diskurse der gelehrten Republik. Im Zentrum der Überlegung stand immer die Gewährleistung einer vernunftmäßigen Ordnung, das heißt einer vernünftigen Ordnung, die die Mehrung von Gütern und Einkünften ermöglichte. Daher hat man auch bei vielen Aufklärern einen überaus positiven Bezug auf Herrschaft, auf den aufgeklärten Fürsten, den aufgeklärten König und auf den Staat, der ja auch gleichsam naturalisiert uns erscheint, als etwas, was immer schon da war und ganz notwendig darin muss, was aber, wie zum Beispiel Eugen Pachukanes nachgewiesen hat, natürlich nicht der Fall ist. Der Staat ist ein ganz konkretes historisches Phänomen vor dem Hintergrund frühneuzeitlicher Notwendigkeiten, in Kriegspolitik über den Steuerstaat zum Machtstaat ist da eine beliebte Formel. Diese Seite von Montesquieu, wenn man dann die andere Seite mal lesen will, wenn man vielleicht, wie es ich, schon viel gehört hat von seiner aufklärerischen Seite, da gibt es eine sehr gute Untersuchung von Paul Cheney Revolutionary Commerce, wo er genau diese Seite der gelehrten Republik auseinandernimmt und den Zusammenhang sozusagen zwischen atlantischem Handel und französischer Ideengeschichte aufmacht, Revolutionary Commerce. Adam Smith, auch sehr bekannt, berühmter Begründer der Nationalökonomie, schrieb 1776 über den Reichtum der Nation. Es sei aus der Geschichte offensichtlich, schrieb Adam Smith, dass die Arbeit von Freien am Ende billiger komme als die von Sklaven, für die man größere Unterhaltskosten aufbringen müsse. Da denkt man eben wiederum an die eingangs erwähnten Quäker, die im Sinne ihres Kapitals zu menschenfreundlichen Überlegungen kamen. Was eine sehr interessante Sache ist, ist, dass in den Großbritannien der Arbeitsdiskurs, der sich ganz konkret auch in einer neuen Arbeitspolitik, in neuen Arbeitsgesetzen niederschlug, Arbeitsgesetzen, die dafür sorgten, dass Arbeitsunwillige oder Müßiggänger, in dem Sinne Arbeitslose, in Arbeitshäuser eingewiesen werden müssten, wo sie Zwangsarbeit zu verrichten hätten zum Wohle der Gesellschaft. Friedrich Engels hat ja auch schon zu der damals in der Schrift über die Lage der Arbeiter in England sich mit der Situation da auch auseinandergesetzt. Die totale Verarmung des massenhaft damals entstandenen Proletariats und eben dieser Arbeitszwang der Auftritt in Europa in dem Moment, wo man aus der Sklaverei aussteigt, ist sicherlich eine Sache, der weiteres Nachdenken bei jedem auslösen muss. Denn das könnte man meinen, ist eben der Geist des Kapitalismus. Wenn man dann hier so eine polemische Spitze auf heute machen will, kann man sich angucken, der Debatte, die geführt wird über Hartz IV und die damit verbundenen Maßnahmen von Seiten bürgerlicher Politiker. Doch zurück zu dem Text von Marx, noch den zweiten Teil, der auf dem Blatt ist. Er schreibt Artikel 3, zitiert er aus der Verfassung von 95, 1795, die Gleichheit besteht darin, dass das gleiche Gesetz für alle gilt, ganz gleich, ob es beschützt oder straft. Artikel 8, die Sicherheit besteht in dem Schutz, den die Gesellschaft jedem ihrer Mitglieder gewährt für die Erhaltung seiner Person, seiner Rechte und seines Eigentums. Die Sicherheit, so Marx, ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft, der Begriff der Polizei, dass die ganze Gesellschaft nur da ist, um jedem ihrer Glieder die Erhaltung seiner Person, seiner Rechte und seines Eigentums zu garantieren. Durch den Begriff der Sicherheit, so schreibt er, erhebt sich die bürgerliche Gesellschaft nicht über ihren Egoismus, die Sicherheit ist die Versicherung ihres Egoismus. Die Gesellschaft besteht also nur sozusagen zum Zwecke der Gewährleistung der egoistischen Interessen des Einzelnen, das einzige Band, das sie zusammenhält, sagt Marx, ist die Naturnotwendigkeit, das Bedürfnis und das Privatinteresse, die Konservation ihres Eigentums und ihrer egoistischen Person. Der Hintergrund, auf den man jetzt hier nicht eingehen kann, ist, worauf Marx auch verweist, kann man auch nachlesen, gibt es alles im Internet, die ganzen Werke da, in dieser Schrift, wo er darauf verweist, dass natürlich der historische Hintergrund davon ist, dass hier sozusagen in der bürgerlichen Ideologie, die wir hier finden, auch in diesen Konstitutionen, sich einfach nur eine Naturalisierung der bereits historisch vorgefundenen Verhältnisse findet, nämlich der Verhältnisse der Feudalgesellschaft, wo die Stellung des Einzelnen und der Bezug des Einzelnen auf Gesellschaft, aufs Staatsleben davon bestimmt war, was seine Arbeitsweise war und was für Besitze er hatte, also die Feudalgesellschaft mit Grundherrlichkeit, Kooperation, Ständen, Zünften und so weiter. Das, sagt eben Marx, wird durch die politische Revolution nur in seine Bestandteile aufgelöst. Diese Bestandteile selbst werden eben nicht revolutioniert und der Kritik unterworfen, nämlich die Bestandteile, nämlich die bürgerliche Gesellschaft, die ja schon vor der Revolution da war und nach der Revolution sich nur ihre eigene Verfassung gibt. Genau diese Naturalisierung, um die es geht und die bis heute sozusagen das Denken auch und die Selbstdarstellung der Verhältnisse, die Selbstdarstellung der bürgerlichen Demokratie anleitet, findet sich eben schon bei Kant, dem großen Aufklärer, Zitat, die ersten Bedürfnisse des Lebens, deren Anschaffung eine verschiedene Lebensart erfordert, konnten nun gegeneinander vertauscht werden. Hier spricht er also vom Tausch, von der kapitalistischen Warenzirkulation und macht daraus den Beginn jeglicher gesellschaftlichen Lebens. Er sagt, daraus musste Kultur entspringen und der Anfang der Kunst, des Zeitvertreibens sowohl als auch des Fleißes, was aber das vornehmste ist, auch einige Anstalt zur bürgerlichen Verfassung und öffentlicher Gerechtigkeit und so weiter, der Staat sozusagen die gesetzmäßige Macht, die das zusammenhielt, das ist eine Art von Regierung überlassen, über welche selbst keine Ausübung der Gewalt stattfand. Das vornehmste von dem Kant hier spricht, das vernünftige ist also die bürgerliche Ordnung zum Zwecke der Gewährleistung der Warenzirkulation, des egoistischen Strebens und so weiter, was wir angesprochen haben schon, und der Akkumulation. Der erwähnte Daniel Späth brachte es auf den Punkt, Zitat, Gesellschaftlichkeit und Menschsein an sich erschöpft sich in der Sphäre der Warendistribution und der vertraglich organisierten Interaktion der Menschen zum Zwecke der Waren Distribution. Deutlich wird das auch in der vielleicht berühmtesten Schrift, die liest jeder in der Schule oder zumindest irgendwo Geschichtsstudium sonst sowas beantwortet und der Frage was ist Aufklärung auch von Kant und da schreibt er auch ganz interessant und das ist eigentlich der Kern des Pudels zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit und zwar die unschädlichste unter allem was nur Freiheit heißen mag, nämlich die von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Also wenigstens dieser Satz ist sicherlich sozusagen empfindet sich in jedem zweiten Poesiealbum. Nun höre ich aber von allen Seiten Rufen, sagt Kant, resoniert nicht, der Offizier sagt, resoniert nicht, sondern exerziert, der Finanzrat resoniert nicht, sondern bezahlt, der Geistliche resoniert nicht, sondern glaubt, hier ist überall Einschränkung der Freiheit. Welche Einschränkung ist aber der Aufklärung hinderlich, welche nicht, ihr gar wohl beförderlich? Ich antworte, der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muss jederzeit frei sein und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen. Der Privatgebrauch derselben aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein, ohne doch darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Da muss man sich jetzt auf der Zunge mal zergehen lassen. Was ist also die Vernunft für Kant? Für Kant ist sie also dem öffentlichen Gebrauch vorbehalten, der private Bereich, und was ist der private Bereich? Von dem er spricht nämlich der Bereich des Bürgers, desjenigen, der Privatbesitzer ist, des Bourgeois, dieser Bereich, also der konkrete wirtschaftliche Bereich, der ja auch der gesellschaftliche Bereich eben ist, wie wir sehen, oder den bestimmt, dieser Bereich ist ihr nicht unterworfen, darf aber öfters sehr enge eingeschränkt sein. Dieser Bereich ist nämlich lediglich die Voraussetzung der Öffentlichkeit und des aufgeklärten Diskurses, der aufgeklärten Debatte. Sie beruht auf der bürgerlichen Gesellschaft und auf der Tatsache, dass der Bourgeois und der Privatbesitzer hat Privatbesitzer. Die Öffentlichkeit, die Meinungsfreiheit und so weiter haben also die kapitalistische Warenform und die Arbeitsteilung zu ihrer Voraussetzung. Ihre eigene Grundlage können sie selbstverständlich nicht in Frage stellen. Vernunft wird den Aufklärern hier in diesem Punkt also eigentlich von Beginn an eben zur praktischen Vernunft, zur instrumentellen. Genau das thematisiert Christa Wolf in ihrem Werk Kein Ort nirgends. Heinrich von Kleist, das Setting sozusagen ist ein historisches vor dem Hintergrund genau dieser Zeit, über die wir auch gerade reden, Jahrhundertwende 1800, Heinrich von Kleist stellt dort in Kein Ort nirgends die Frage, wozu denn Ideen auf der Welt sind, wenn nicht um verwirklicht zu werden. Das heißt, er fragt nach der tatsächlichen Wirkmacht der aufklärischen Idee. Den preußischen Historiker und Juristen Savini lässt Christa Wolf über Kleist dann folgendes sagen, Zitat, er will und will es mir nicht abnehmen, dass es wohltätig eingerichtet ist, wenn das Reich der Gedanken von dem Reich der Taten fein säuberlich getrennt bleibt. Worin da die Wohltat liegt, wird er fragen, und ich sage ihm, die Wohltat liegt in der Gedankenfreiheit, die wir dieser weisen Einrichtung schulden. Oder wollt ihr es wirklich nicht sehen, welche Einschränkung auf allem Denken läge, wenn wir fürchten müssten, unsere Fantasien könnten in die wirklichen Verhältnisse Eingang finden? Um Himmels Willen, nein, dass man die Philosophie nicht beim Wort nehmen, das Leben am Ideal nicht messen soll, das ist Gesetz. Es ist das Gesetz der Gesetze, Kleist, auf dem unsere menschlichen Einrichtungen in ihrer notwendigen Gebrechlichkeit beruhen. Wer dagegen aufsteht, muss zum Verbrecher werden oder zum Wahnsinnigen. Und da hört man heraus, sozusagen, auch bekannt, was wir eben gelesen haben. Freiheit ist also, die Freiheit dieser Aufklärung ist also lediglich die ideologische Verschleierung realer Unfreiheit. Und diese Ideologie ist institutionalisiert zuerst natürlich im Staat, schon angesprochen, der uns unhinterfragt als Notwendigkeit erscheint, aber natürlich auch in der Geschichtsschreibung. Marx sagt an einer Stelle, dass der Blick auf Geschichte immer durch eine gewisse Brille vonstatten geht und die Brille sind die Verhältnisse, in denen wir selber leben und das sind ja auch eben diese bürgerlichen Verhältnisse, die nach genau diesen Gesetzen funktionieren, um die es hier geht. Dieses Problem reflektierte auch der kommunistische Schriftsteller Franz Fühlmann, langjähriger Freund von Christa Wolff, ausgehend von den subversiven Dramen eines französischen Surrealisten. Die Ubu-Dramen von Alfred Jarry, der Ende des 19. Jahrhunderts, die bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse in Frankreich auf seine surrealistische, wenn man so eine Kategorie benutzen will, Art und Weise karikierter. Sie lieferten Fühlmann Bilder für die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft. Einen Ausschnitt gucken wir uns mal an, ist auch auf dem Zettel zu finden. Erster Akt, zweite Szene, das Marsfeld, die drei freien Mann, der Gefreite. Die drei freien Mann. Wir sind die freien Mannen und das ist unser Gefreiter. Hoch lebe die Freiheit, die Freiheit, die Freiheit. Wir sind frei. Vergessen wir nicht, unsere höchste Pflicht ist, frei zu sein. Gehen wir nicht so schnell, sonst sind wir noch pünktlich da. Freiheit ist nie pünktlich zum Freiheitsexerzieren zu erscheinen. Nie, nie. Verweigern wir gemeinsam den Gehorsam. Nein, nicht gemeinsam. Eins, zwei, drei. Der erste auf eins, der zweite auf zwei, der dritte auf drei. Da liegt der Unterschied. Denken wir uns für jeden ein verschiedenes Tempo aus. Wenn es auch der freien Mann einzeln den Gehorsam, der Gefreite antreten, sie flitzen auseinander. Sie, der freier Mann Nummer drei, sie schieben mir zwei Tage Arrest, sie haben sich mit Nummer zwei in Reih und Blied gestellt. Der Leersatz lautet, seid frei, Gehorsamsverweigerung, Einzel exerzieren, Blinde, jederzeitige Disziplinlosigkeit macht die Stärke der freien Mann aus. Und wenn man Blinde, jederzeitige Disziplinlosigkeit in diesem Kontext hört, dann muss ich immer an Flexibilität denken, die jetzt zu den Softgates oder den Harz geht, oder was auch immer, bei jeder Bewerbung gehört, das ist, denke ich, schon was, was hier durchaus antizipiert ist. Fühlmann, als Kommunist eben, wie auch Christa Wolf, ein scharfer Kritiker der autoritären Führung der DDR, nebenbei, schreibt zu dieser Szene, ich zitiere, auf dem Exerzierplatz beim gemeinsamen Ungehorsam stoßen sie auf den Gefreiten. So begegnen einander zwei kontradiktorische Kräfte, die sich gegenseitig logisch aufheben müssten. Doch da sie einander nicht im Raum des Gedachten, sondern leibhaftig als Personen begegnen, entsteht eine absurde Situation. Was logisch nicht sein kann, ist real da. Jari benutzt die absurde Szene, eine Phrase ad absurdum zu führen. Er lässt sie in der bürgerlichen Gesellschaft als total proklamierte Freiheit, sich zum Selbstbeweis die Freiheit nehmen, in einer Sphäre wirksam zu werden, deren Wesen die Unterordnung, also eben die Nicht-Freiheit ist. Die drei freien Männer, Jaris, unentwegte der Liberté, wollen freie Männer bleiben, aber zugleich auch Soldaten werden, was hieße, unfreier Mann zu sein. Das logisch Unmögliche der Korporal macht's möglich. Er kaschiert die Unfreiheit. Das ist komisch, doch ja ein Schlachtruf gewesen, mit dem das Bürgertum gegen den Adel gezogen. Sie war Hoffnung und wurde Illusion. Doch wenn auch die Hoffnung nicht eingelöst wurde und die Illusion bis zum Selbstbetrug absinkt, erlischt die Sehnsucht nach Freiheit deshalb noch nicht. Werden Surrogate verschmäht, wird sie nur brennender. Stumpft sie nicht ab, wächst die Begier dann nach ihr ins Paradoxe und so bei jedem unabgegoltenen Ideal. Hier verweist Fühlmann eben auf die Idee, die sich ihrer eigenen Realgeschichte oder eben den Verhältnissen, die sie hervorbringen, immer schon entzieht, die sie immer schon transzendiert und mit denen sozusagen in einem Spannungsverhältnis steht eben hier am Beispiel des Kernbegriffs der Freiheit. Die aufgeklärte Welt strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Dieser Satz steht am Anfang der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno verweist darauf, dass eben die Katastrophe der nationalsozialistischen Vernichtung die Menschlichkeit oder den Menschen und die Idee von ihm eigentlich gänzlich in Frage stellt. Der Wunsch nach einer besseren Gesellschaft, nach Revolution, endete zudem in der Sowjetunion im Terror der nachholenden Entwicklung und in der Ermordung von Kommunisten im Namen des Kommunismus. In der DDR erstickte diese kommunistische Utopie zwischen dem autoritären Staat und dem Unwillen der Menschen, einem Unwillen, den der Dichter Günther Kunert, so da stellt in einem Gedicht, Gedicht heißt über einige Davongekommene. Das ist relativ zeitig nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden. Als der Mensch unter den Trümmern seines bombardierten Hauses hervorgezogen wurde, schüttelte er sich und sagte nie wieder, jedenfalls nicht gleich. Es ist die Anerkennung totalen Scheiterns, die Heiner Müller in seinem Drama Der Auftrag verarbeitet, das ein Leitmotiv darstellt über den Text zu dieser Reihe, was tun zum Fall ist von Theorie und Praxis. Dieses Drama Der Auftrag von Heiner Müller ist nicht Historie, die Geschichte, die Müller erzählt, ihr Thema, ist eben vielmehr universal. Drei französische Revolutionäre, so geht die Geschichte, waren entsandt, um in der Sklavenkolonie Jamaika den Aufstand der Entrechteten im Namen der französischen Revolution auszulösen. Doch als die Revolution in Frankreich von Napoleon beendet wird, scheitern sie durch den Verrat, durch den Verrat des Einen und durch den sicheren Tod, den das Festhalten an den Idealen durch die Anderen bedeuten muss. Das Scheitern des Auftrags, die Revolution zu exportieren, ist ein zweifaches. Einmal das Scheitern am Zielort, die Revolutionäre scheitern damit, in Jamaika die Revolution auszulösen, als auch das Scheitern dort, von wo man entsandt wurde, nämlich in Frankreich oder in Europa, wo die dem Auftrag zugrunde liegenden Ideen eben nie verwirklicht wurden. Müller schreibt, wir waren auf Jamaika angekommen, drei Emissäre des Französischen Konvents, unser Auftrag, ein Sklavenaufstand gegen die Herrschaft der britischen Krone im Namen der Republik. Der Republik Frankreich, die das Mutterland der Revolution ist, der Schrecken der Throne, die Hoffnung der Armen, in der alle Menschen gleich sind unter dem Beil der Gerechtigkeit, die kein Brot hat gegen den Hunger ihrer Vorstädte, aber Hände genug, die Brandfackel der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in alle Länder zu tragen. Die Gleichheit, die im revolutionären Frankreich sich findet, ist also nicht die der Idee sozusagen von Gleichheit, die die reale Gleichheit transzendieren würde, sondern es ist eine Gleichheit, die sich lediglich findet, dass alle gleich sind unter dem Ball der Guillotine, unter dem Terror der Revolution, die kein Brot hat gegen den Hunger ihrer Vorstädte, aber Hände genug die Brandfackel in alle Länder zu tragen. Das heißt, die Revolution in Frankreich führt natürlich nicht dazu, dass in dieser revolutionären Situation für die Menschen dort lebenswürdigeres Leben herbeigeführt worden wäre. Vielmehr sind gerade viele Bauern Opfer geworden der Entwicklung rund um die reale französische Revolution. Müller stellt in diesem Sinne und im universalen Sinne einen Satz ins Zentrum des Stücks der Auftrag der Satz die Revolution ist die Maske des Todes der Tod ist die Maske der Revolution die Revolution ist die Maske des Todes der Tod ist die Maske der Revolution und so weiter und so weiter Müller bricht mit der unmittelbaren utopischen Hoffnung auf Besseres wie es beispielsweise noch bei Brecht oder bei Anna Segers zu finden ist der Generation sozusagen von Autoren vor ihm oder kommunistische Autoren vor ihm an deren Ende immer noch unmittelbar Hoffnung möglich war auf eine bessere Entwicklung hin zu einer besseren Gesellschaft erbricht im Sinne von Walter Benjamin und Ernst Bloch ganz radikal mit der Idee des Fortschritts mit der Idee einer Entwicklung einer zwangsläufigen Entwicklung hin in die Zukunft einer fortschrittlichen Entwicklung die Idee des Fortschritts so sieht auch er von der Aufklärung in die Welt gebracht war Triebkraft des Unheils und auch des Terrors insbesondere auch im 20. Jahrhundert die Linke deren Aufgabe es eigentlich gewesen wäre den Auftrag um den es hier geht anzunehmen wurde vergiftet von dieser Idee des Fortschritts wie sie etwa Kautsky verbreitet hat die Sozialdemokratie und auch Sozialisten sie handelten nicht mehr utopisch sondern sie handelten eben irgendwann instrumenteller Vernunft die Menschen mussten dem Entwicklungsgesetz der Geschichte dienen sie wurden also selbst zum Mittel zum Werkzeug oft genug mit physischer Gewalt objektiviert es ging also nicht mehr um den Menschen der Mensch war selbst nur noch das Objekt der Philosoph und utopische Kommunist Ernst Bloch verweist auf die entzaubernde Wirkung und die Problematik die dahinter steckt des mechanischen Materialismus der Antike der Renaissance der Neuzeit nennt man Galilä oder Newton oder so Bloch sieht hier eine Brechstange im Kern der Ausruf es ist nichts als Aufklärung enttonte mit diesem Ruf es ist nichts als die Mythen die Religion letztlich auch den Menschen die Naturgesetze mechanische Bewegungen das kommende alles war irgendwie berechenbar Bloch betont nun vor diesem Hintergrund dass nur durch das subjektive Handeln des revolutionären Menschen vor dem Hintergrund der Geschichte gute Dinge befördert und schlechte Dinge gehindert werden könnten der Materialismus ohne die Utopie ist für Bloch unmenschlich denn was ist der Mensch sonst nichts als ein Stück Fleisch und das kann nützlich sein oder unnütz Es ist eine Ironie der Geschichte die Vorwürfe der DDR Obrigkeit 1957 gegen die Kommunisten Wolfgang Harig Walter Janka und indirekt auch gegen Ernst Bloch lauteten Überbetonung des subjektiven Faktors und Utopismus die Frage die Heiner Müller ebenso wie Christa Wolf oder Fühlmann stellen ebenso wie Ernst Bloch der dann in die DDR ausreiste in die BRD ausreiste vor dem Hintergrund dieser Repression der autoritären Führung und ebenso auch die Vertreter der kritischen Theorie die schon erwähnten Horkheimer Adorno oder Marcuse für sie alle geht es eigentlich nur um die Frage nach der Möglichkeit von Utopie kann es denn noch Hoffnung geben angesichts des Scheiterns auch aller Revolution angesichts der Barbarei in die die Geschichte des aufgeklärten Europas mündete angesichts der totalen Verstrickung des Einzelnen in die Gesetze der kapitalistischen Wertvergesellschaftung angesichts des Menschen als Objekt in einer unmenschlich rationalisierten Welt die Menschenrechte stehen im Zentrum unseres politischen Diskurses eine schöne Idee doch in Afrika und in den Armenvierteln europäischer Städte gibt es unnützes Leben und wie schon erwähnt ist die Entwicklung die nach dem Ende der Mächte Konkurrenz hier in Deutschland stattfindet im Moment und auch vom Hintergrund der Krise Griechenland und so weiter die Debatte über Hartz IV auch schon sehr weit auf dem Weg dahin dass ganz offen schon nicht mehr nur außerhalb Europas oder außerhalb Deutschlands die Idee der Menschenrechte ganz klar als Lüge und als Ideologie zu entlarven sondern schon hier wenn man sich anguckt dass zum Beispiel das Abgeben eines Antrags auf Hartz IV mit der Abgabe von Bürgerrechten über einstimmt das heißt bestimmte Bürgerrechte momentan aufgehoben sind für Leute die in Deutschland ins Sozialsystem in der Form aufgenommen sind da wird das dann alles auch hier langsam konkreter im realen Leben muss eben die Menschenfreundlichkeit um dies schon öfter um dies öfters ging hier in verschiedenen Zitaten die muss hinter der Politik hinter den Sachzwängen zurückstehen und man erinnert sich da an den Pitt den Staatssekretär Pitt der sagte wenn Menschlichkeit und Politik in Konkurrenz geraten dann muss die letztere ja die letztere wohl den Vorzug kriegen man kann sich auch an Kant erinnern an das Gespräch von Savini mit Kleist das Christa Wolf vor diesem Hintergrund stattfinden lässt und an das was wir uns angeguckt haben wie Marx die Konstitution die Erklärung der Menschenrechte auseinander nimmt gibt es also noch Utopie im Angesichts der Negation Heiner Müller Christa Wolf und Franz Fühmann zum Beispiel denen heute so ein bisschen erfolgen man könnte auch diverse andere sich raussuchen sie erlebten die Negation ihrer Utopie des Wunsches eben nach einer besseren Gesellschaft als Kommunisten in der DDR unmittelbar als totale Ohnmachtserfahrung ihre Arbeiten sind der Versuch die Möglichkeit von Utopie von Hoffnung eben durch diese reale und totale Negation hindurch zu denken zu Beginn von Heiner Müllers Drama über den gescheiterten Revolutionsexport im Auftrag tritt der Engel der Verzweiflung auf ich bin der Engel der Verzweiflung mit meinen Händen teile ich Rausch aus die Betäubung das Vergessen Lust und Qual der Leiber meine Rede ist das Schweigen mein Gesang der Schrei im Schatten meiner Flügel wohnt der Schrecken meine Hoffnung ist der letzte Atem meine Hoffnung ist die erste Schlacht ich bin das Messer mit dem der Tote seinen Sarg aufspringt ich bin der sein wird mein Flug ist der Aufstand mein Himmel der Abgrund von morgen Christa Wolf beginnt kein Ort nirgends Zitat die arge Spur in der die Zeit von uns wegläuft Vorgänger ihr Blut im Schuh Blicke aus keinem Auge Worte aus keinem Mund gestalten körperlos niedergefahren gen Himmel getrennt in entfernten Gräbern wieder auferstanden von den Toten immer noch vergebend unseren Schuldigern traurige Engelsgeduld unvermeidlich muss ich als ich das gelesen habe an die Geschichtsthesen von Walter Benjamin denken die er geschrieben hat kurz bevor er sich umgebracht hat um nicht den Schergen der Faschisten in Spanien und den Nazis in die Hände zu fallen darin schreibt er in jeder Epoche muss versucht werden die Überlieferung von Neuem dem Konformismus abzugewinnen der im Begriff steht sie zu überwältigen der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser er kommt als der Überwinder des Antichrist nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen der davon durchdrungen ist auch die Toten werden vor dem Feind wenn er siegt nicht sicher sein und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört Benjamin nutzt hier das Vokabular der Theologie messianisches Vokabular um sich gegen den kalten Rationalismus der Aufklärung zu stellen erwendet dieses messianische Vokabular allerdings radikal materialistisch Benjamin spricht in dem Zitat vom überwältigenden Konformismus dieser überwältigende Konformismus verschweigt die Geburt der bürgerlichen Aufklärung aus dem materiellen Wohlstand den Millionen von Sklaven mit ihrem Tod bezahlten der Zusammenhänge mit Ausbeutung der Kolonien mit der Trennung der Welt in die Gewinner im Zentrum der globalen kapitalistischen Wirtschaft und die Verlierer in der Peripherie der globalen kapitalistischen Wirtschaft mit ihrer Arbeitsteilung ein Symbol dafür ist Haiti was schon ausführlich vorhin erwähnt wurde ein anderes sind etwa 1,5 Millionen tote Baumwollarbeiter in Indien und ein drittes die Grenzen im Nahen Osten und der dortige Terror und Bürgerkrieg bis in diese Tage der Feind der zu Sieg nicht aufgehört hat von dem Benjamin spricht sind eben die kapitalistischen Verhältnisse die ihr tatsächliches Wesen verschleiern es sind die bürgerlichen Phrasen von Freiheit und Gleichheit die eigentlich reale Unfreiheit und reale Ungleichheit verschleiern Benjamin schreibt die Beute wird wie das immer so üblich war im Triumphzug mitgeführt man bezeichnet sie als Kulturgüter sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben denn was er an Kulturgütern überblickt das ist ihm samt und sonders von einer Abkunft die er nicht ohne Grauen bedenken kann es dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen Genien die es geschaffen haben sondern auch der namenlosen Frohn ihrer Zeitgenossen es ist niemals ein Dokument der Kultur ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein und wie es selbst nicht frei ist von Barbarei so ist es auch der Prozess der Überlieferung nicht in der es von dem einen an den anderen gefallen ist der historische Materialist rückt daher nach Maßgabe des möglichen von er ab er betrachtet es als seine Aufgabe die Geschichte gegen den Strich zu bürsten etwas weiter schreibt er es gibt ein Bild von Klee das Angelus Novus heißt ein Engel ist darauf dargestellt der aussieht als wäre er ein Begriff sich von etwas zu entfernen worauf er starrt seine Augen sind aufgerissen sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt der Engel der Geschichte muss so aussehen er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint da sieht er eine einzige Katastrophe die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert er möchte wohl verweilen die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen aber ein Sturm weht vom Paradiese her der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist dass der Engel sie nicht mehr schließen kann dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft der er den Rücken kehrt während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst das was wir Fortschritt nennen ist dieser Sturm die Toten zu wecken das Zerschlagene zusammenzufügen das ist also für Benjamin die Aufgabe die den Lebenden von den Toten gestellt ist von den Opfern einer Menschheitsgeschichte von Unterdrückung von Krieg und von gescheiterten Revolutionen das Streben nach Glück war noch nie von Erfolg gekrönt die Geschichte ist eine Geschichte der Katastrophen und die Gegenwart ist für die meisten Menschen auf der Welt eine Katastrophe in Permanenz zu Zeiten des Endes der Geschichte die Grundidee der Aufklärung die des Fortschritts die in Hegel noch teilweise bei Marx noch bei Horkheimer Donner und anderen zu finden ist mit ihr muss heute im Sinne Benjamins umso radikaler gebrochen werden der Anspruch an Praxis muss von der Einforderung des Besseren im Hier und Heute ausgehen immer war der Mensch nur Mittel nur Werkzeug objektiviert zum Zweck des Kommenden doch die Einforderung des Glücks im Heute wäre für Benjamin eben die Einlösung des Anspruchs der vergangenen Generationen die ihr Glück nicht erreichten in unserer Welt muss der Mensch der kein anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft der Sklave der anderen Menschen sein die sich zu Eigentümern gemacht haben soweit Marx Axel Berger verwies in einem letzten Vortrag dieser Reihe darauf dass momentan erstmals in der Menschheitsgeschichte die Menge des weltweit produzierten Nahrungs der weltweit produzierten Nahrungsmittel wieder sinkt die eigentlich erst seit wenigen Jahren zumindest eben in der Theorie die ausreichende Versorgung der gesamten Bevölkerung der Welt hätte sicherstellen können es ist nicht nur ein kapitalistisches Grundgesetz dass Nahrungsmittel eher vernichtet gehören als dass sie ohne Bezahlung zur Verfügung gestellt würden die Menschheit verbraucht zudem die Natur zerstört sie und untergräbt in immer schnellerer Geschwindigkeit eben die Grundlagen jeglicher menschlicher Existenz wir in der ersten Welt werden allerdings als letzte die letzten Opfer dieser Zerstörung sein Benjamin spricht von der Notwendigkeit das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen er entwirft den Begriff einer Gegenwart die nicht Übergang ist sondern in der die Zeit einsteht und zum Stillstand kommt Heiner Müller ließ 1979 in seinem Drama der Auftrag das kapitalistische Zentrum direkt aus der Weltgeschichte herausfallen Erlösung konnte sich für ihn nur noch anderswo nämlich in der Peripherie auf der Seite der Opfer denken auf den Verrat des Auftrags durch den bürgerlichen Kolonialisten der sich entschließt die Revolution angesichts ihrer Heimatlosigkeit nach der Machtübernahme Napoleons wieder gegen das privilegierte Leben eben als Kolonialist einzutauschen sich wie dieser Verräter bei Heiner Müller spricht ein Stück aus dem Hunger der Welt herauszuschneiden diesem Verrat folgt bei Müller ein Traumbild ein Mann fährt im Fahrstuhl um im Büro eines Geschäftshauses eine wichtige Direktive seines Chefs zu erhalten der Fahrstuhl aber hält nicht an und der Mann verliert ein Raumgefühl weiß nicht mehr auf welcher Etage er sich befindet wo er eigentlich hin muss und er verliert auch das Zeitgefühl die Zeitgerät aus den Fugen der Mann denkt ich zitiere vielleicht geht mir die Welt aus dem Leim und mein Auftrag der so wichtig war dass ihn der Chef mir in Person erteilen wollte ist schon sinnlos geworden durch meine Fahrlässigkeit gegenstandslos in der Sprache der Ämter die ich doch so gut gelernt habe überflüssige Wissenschaft bei den Akten die niemand mehr einsehen wird weil er gerade die letzte mögliche Maßnahme gegen den Untergang betraf dessen Beginn ich jetzt erlebe plötzlich steht dieser Mann in einer verarmten Landschaft in Lateinamerika gezeichnet von der Auseinandersetzung zwischen Natur Landschaft und technisch instrumenteller Vernunft zwischen Industrieruinen und Slanz vor dem Hintergrund seiner plötzlichen eigenen Bedeutungslosigkeit gibt der Mann seinen Auftrag ab und anerkennt nicht nur das Scheitern der kapitalistischen Moderne sondern auch des Konzeptes nachholender Entwicklung damit vollzieht er bei Müller konsequent den Gedanken Benjamins und stellt sich gegen die brutalen Auswirkungen mechanistischer und vulgär-marxistischer Entwicklungsmodelle diese Entwicklungsmodelle werden kann man leider überall sehen von der Linken nicht nur in Deutschland in Europa anderswo immer noch vertreten und zwar sowohl auf der einen Seite von den sogenannten Anti-Imperialisten etwa in der Venezuela Solidarität die sich dann damit Fabriken etc. beschäftigen ihren Infoveranstalten als auch von der Post an die deutschen Strömungen um die Zeitschrift Bahamas die auch ein vulgär-marxistisches Entwicklungsmodell zur Grundlage ihrer Analyse des Nahen Ostens und notwendiger kriegerischer Auseinandersetzung mit dortigen Ländern gestellt hat doch zurück zu Benjamin Benjamin entwirft den Begriff einer Gegenwart die nicht Übergang ist sondern in der die Zeit einsteht und zum Stillstand gekommen ist in ihr müsste versucht werden den Anspruch vergangener Generationen auf die Einlösung des Glücksversprechens gerecht zu werden doch die dieser Praxis zugrunde liegende Reflexion sie kann eben nicht hergeleitet werden oder aus Gesetzmäßigkeiten abgeleitet werden der Kern gesellschaftsverändernder Praxis und der Antrieb sich im Dienste dieser gesellschaftsverändernden Praxis mit Theorie auseinanderzusetzen ist letztendlich nur das Unbehagen das Unbehagen an den Verhältnissen also Empathie Empathie das Leiden am Leid der Anderen das ist eigentlich der einzige Antrieb der Menschen in grundsätzliche Konfrontation mit dem Bestehenden treibt darum ist die linke Theorie heute immer noch zumeist nichts sie ist entweder identitärer Selbstzweck oder sie dient dazu sich über die eigene Ohnmacht hinweg zu täuschen vielen dient sie dazu sich in die bürgerlichen Verhältnisse hineinzukuscheln die Ideologie der bürgerlichen Gesellschaft und der Aufklärung wird in den Dienst sogenannter Ideologie Kritik gestellt andere demonstrieren gegen Nazis andere gegen den Kastortransport und vor lauter Praxis bleibt niemandem mehr der Zeit zum Blick auf das Ganze Zeit zur Reflexion Menschlichkeit und Empathie sind unter diesen Verhältnissen sowieso fragile Mangelware und Menschlichkeit und Empathie sind in der Linken genauso selten zu finden wie im Rest der Bevölkerung oft ist sogar das bürgerliche Füton der empathischen Menschlichkeit näher als die Linke auch wenn es das Füton den falschen Schein von Freiheit Gleichheit und Demokratie genauso wenig durchdringt wie diese es geht es geht ohne Theorie und nicht ohne Analyse es geht aber eben auch nicht ohne Empathie und das heißt es geht nicht ohne Literatur die bürgerliche Gesellschaft sie beruht eben auf Aufspaltung hatten wir schon an verschiedenen Punkten eigentlich gesehen auf die Aufspaltung von Subjekt und Objekt von Idee und Tat von Wissenschaft und Subjektivität von Theorie und Praxis vor diesem Dilemma stand eben auch die kritische Theorie es scheint es ist die Literatur die zumindest potenziell das heißt im Idealfall eben diese Spaltung überbrücken könnte sie würde in diesem Fall Identifikation ermöglichen Identifikation mit dem Individuum und dadurch mit jedem Menschen für nur wenige Beispiele war heute jetzt im Vortrag zwar Zeit wegen eigentlich Fühlmann Christa Wolf Heiner Müller Leute wie Franz Fühlmann und Christa Wolf sie verbinden eben materialistische Geschichtstheorie mit dem zutiefst menschlichen mit dem innerlichen mit dem Leiden am Leid anderer und das ist eben Empathie letzte Woche sprachen wir in der Diskussion darüber dass die Bedingung aller Wahrheit für Adorno war das Leiden berät werden zu lassen das Leiden am Leid der erniedrigten Sklaven das den Verrat am Auftrag unmöglich machen würde bei Müller das Leiden Günderodes und Kleists an den gewaltsamen Zwängen der bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft bei Wolf sie hält sich so schreibt Wolf eben über Günderode in kein Ort nirgends sie hält sich zurück hält sich zurück an Zügeln die ins Fleisch schneiden das geht ja man lebt gefährlich wird es wenn sie sich hinreißen ließe die Zügel zu lockern loszugehen und wenn sie dann in heftig zum Lauf gegen jenen Widerstand stieße den die anderen Wirklichkeit nennen und von dem sie sich man wird es ihr vorwerfen nicht den rechten Begriff macht genau darum ginge es also das Leiden an den Verhältnissen berät werden zu lassen sich gleichzeitig und davon ausgehend eben theoretisch den rechten Begriff zu machen den rechten Begriff eben von den Verhältnissen die der Grund dieses Leid sind das wäre der kategorische Imperativ des Kommunisten erst das schafft die fruchtbare Verbindung zwischen Theorie und Praxis zwischen Materialismus und Utopie kein Ort nirgends von Christa Wolf endet folgendermaßen zitiere was reden sie noch was denken sie wir wissen zu viel man wird uns für rasend halten unser unausrottbarer Glaube der Mensch sei bestimmt sich zu vervollkommenen der dem Geist aller Zeiten strikt zuwiderläuft die Welt tut was ihr am leichtesten fällt sie schweigt Heinrich von Kleist und Caroline von Günterode die Figuren die Christa Wolf ins Zentrum stellt und die sich in Wirklichkeit nie getroffen haben begingen beide Selbstmord der Mensch ist eben nicht dazu bestimmt sich zu vervollkommenen er muss es selber tun davor wollen und das stellt ihn vor unglaubliche Probleme kein Ort nirgends nennt Christa Wolf ihren Roman diese Negation tut weh durch diesen Schmerz entsteht erst der Antrieb zu Utopie ich will enden nochmal mit Franz Fühlmann der schreibt Anwesenheit hat manche gerade Der erste ist simples physisches Hiersein der letzte wäre Identität Selbstfindung durch das Wirken einer Gesellschaft darin nach einem Wort von Karl Marx die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist Die Erfahrung dass dies Ersehnte versagt bleibt weist auf ein Knäuel von Widersprüchen meist vereinfacht als Widerspruch zwischen Ideal und Realität eingeordnet und damit schon so abgetan als ob Benennung Bewältigung wäre immerhin sie könnte damit beginnen auch ein Widerspruchsknäuel muss noch nicht schrecken doch dass es so wenig Bewusstsein werden kann das heißt so wenig artikuliert und der öffentlichen Analyse gibt uns das quälende Gefühl dass sie sich unbewältigt vollzieht denn das Problem von An- und Abwesenheit stellt sich ja nicht nur theoretisch es ist die Praxis die uns leiden macht damit sind meine Gedanken für heute zu Ende und ich danke für die Aufmerksamkeit